Schmiel Aleph, Peirik, wo der erste Pusik in dem Peirik ist befft, sie knackt mit dem Frieden, peirik, efft sie mit dem, und alle Parshis geht es auf Hand. Es bleibt, dass du wieder zusammengehend mit Kolbuche, 30,000, dass es gehen an Armeid, es ist ein größer Ölm, es ist mitgad, also wenn es gehen in der Hand, die Peirik, es ist ein größer Ölm, mit dem Chagige, was du wieder gemacht und droge, bringe die Oren. Und wenn du jetzt, dass du wieder Melk sitzt, ruhig in der Schalein, hat er verstanden, dass er kommt, sagt, es bringt die Oren, es ist gelähnt, die Oren, wenn es sich lohnt, später hat es sich verstanden, und es geht in der Gewohn, Kolbunen, du bist der Melk hat verstanden, dass es der Zeit, zu bringen die Oren in der Schalein mit ihm, also ich denke, ging in Bali, Hidra, also in Bali, das ist Kirjas Oren, wie man hat gesagt, die Oren im letzten Mal, und er bringt dort die Oren. Und es ist gelähnt, auf der Egele, dass du schon an der Wogen, und auf der Nudorf, er ist gewähnt, bei einem in der Heim, ist gewähnt die Oren, das ist der Kuh, und es geht in der Mühne auf dem, es ist an der Zinn, ich so in der Achio, und es geht in der Hau, und es geht in der Avinudorf, das heißt, die Kinder von Avinudorf, waren mit der Oren, und dort wurden Kolbjistrol, haben gespielt, 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 gemacht, freilich, mit Knuris, mit Wohlim, mit Tippen, mit einem, mit Seltslim, und so weiter. Jetzt, mit dem Mal, sind sie gekommen in den Guren, und die Oren, hat die Bunga noch zu fallen, von der Bokar, was haben sie getrunken, auf der Gule, und geschleppt. Das heißt, die Ungarn, die Urne, die Ungarn, die Gule, von der Urne, und er gestorben, dort auf dem Platz, und die Jumas, schaum im Haaron, und allihim. Das heißt, als wir uns Lene gesagt haben, man darf nicht sagen, die Urne, man darf nicht sagen, weil man es geht in der Kuh, und man darf nicht sagen, dass wir uns gehen, auf der Essse, und auf der Kuss, und dann auf den Wogen, man darf es halten, mit der Hand, auf dem Achsel, und dann geht es, und es gestorben, und jetzt darf nicht gehen, mit dem, weil ich, Das heißt, Dort ist gewähnt, die Urn zu reichen. Jetzt, an der Sturz, das macht ein Kludes, die Urn, also wie so geteilt bei der Polizei, bei anderen Menschen, wenn es nicht mehr Ruhe verkehrt ist. Weil der Urn, der Schäme ist einfach, dass es alles an der Sache geht. Was meint der Urn? Er weiß alles an der Sache. Es ist alles geteilt gegangen. Ich muss die Forschung besuchen, die Rüche, was sie gewähnt. Hat man gesagt, verdäubt, dass die Urn nicht schlecht ist, das ist das, was man geteilt nicht richtig ist. Man macht das zu tun. Man macht es getrunken auf der Gule, nicht auf der Hand. Aber jetzt, der Urn ist eine Gitte Sache. Sie macht die Brücke. Sie sagt, oh, was soll? Sie gehen zum Simchen. Und er aufgebringt die Urn von Beis, und er machte noch eine größere Simchen. Jede sechs Tritt, das ist die Urn, die neuste Urn, das ist ein Mensch, die haben getrunken in die Urn. Jede sechs Tritt hat man geschacht, in Schaar, in Marien gemacht, in Karbonis. Da hat man gekriegt, wenn man begann, wenn man sich mit der Ungeteine Eifert war. Dann wird nicht die Ungeteine die ganze Bege der Mahle genommen mit der Eifert, also wie man sieht, das ist ein Bege, das ist ein Tanzgeflein, das ist ein Meer, aus, offen. Und da wurden alle ihr normalen gefangen. Jetzt, als die Urn kommt, die Urn, das ist Michael Baschul, das hat die Züge bringen, zum Geleihnt für ihr. Sie hat, sie kiegt vom Fenster, wie die Urn bringt, die hat tiefes Leute beleuchtet. Sie hat ausgesagt, ihr ist ausgegeben, die Kieber, das hat die Urn gemacht, das ist ein Beispiel der Öl, von dem. Man hat das auch Karbonis gemacht, immer hat er geändert, dass er hat die Urn gebeten, die Brüche von der ganzen Öl. Dann hat er die Urn gebeten, die Brüche von der Koei, die Brüche von der Brüche, dann hat er gebeten, die Brüche von der Brüche, hat er ausgeteilt, für jeder Einar, Schraim, Achalf, Leichem, Eichbar, in der Schischu, das ist eine verschiedene Sorte Kekze, die Geschmacken machen. Und der Öl ist heim gegangen, und der Öl ist heim gegangen, und der Öl ist heim gegangen, und er hat die Brüche von der Brüche von der Brüche, das heißt, das ist auch, ich verstehe, es gibt einen Sorte Kieber, es gibt einen Speziale Brüche. Jetzt, Michael kennt mich gegen, und er sagt ihm, also, er ist zinnig, aber nicht, wie gewaltig ist er, er ist heimlich, er ist heimlich, er ist heimlich, der Melech ist heimlich, er ist heimlich, er ist heimlich, er ist heimlich, für seinen Dienst, für den, der Gugel ist nicht los, er ist heimlich, und er ist heimlich, und er hat die Brüche von der Reike, das ist kein Weg, Aidei, emhoiz, dei dient fakert, patei esakob, diimamach ikkuvaidu. In de puzik, if itos, michalba suolo her, levo lad, adien, verta, tschkatt, kan, zekinde, alis fin dey maas, ebizie es gestorben, das ist la ojne, es shavdein, vuzet mazaz, legevenen, duvedameylech.